Servus, der Marc, wo bin ich? Du bist hier. Bei mir ist die Christine. Servus. Wie geht's schon aus? Ja, das ist Dirol. Wie weit bist du von Feuerwerk weg? Weit. Weit, genau ran am Ende. Ja, genau. Gut. So. Wieso brauchst du vor Alberg? Naja, weil ich finde, manchmal ist es mit Cirol, aber das R und sowas, man muss immer tatsächlich schon genau aufpassen. Ach so. Es gibt auch viele, gerade wenn sie aus, also die oben Richtung A-Werk, die hast du sofort, wenn das alles XI, 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 XI. Aber ich habe halt auch oft die Wischung, wo du echt genau hinhalten musst, das ist jetzt Tirol oder Feuerwerk. Also ich habe teilweise echt Kunden und auch Feuerwerk, wenn man es nicht wüsste und echt überlegen muss. Deswegen war ich bei der Indifferente. Ich habe Tendenz 70% Tirol und 30% Feuerwerk. So. Unterlippen gesehen machen wir übrigens. Und ich zeige es dir jetzt mal an. Also ich will den Mund mal zumachen. Jetzt kann es gleich die Lippen öffnen. Perfekt. Wie kam es denn auf mich? Internet oder? Genau. Einfach gegoogelt vor der Stunde oder was? Genau. Die Beratung. Die Beratung haben wir uns gehört. Aber nicht gehört. Wirklich? Ja. Ach, dann war schlecht. Habt ihr das mal? Das Glück gehabt, dass wir alle gute gefunden haben. Naja, Spaß beiseite. Ich weiß schon, die sind sehr gut bewertet. Zum Glück sind wir auch sehr dankbar. Ich zeige es dir im Spiegel. Ehrlich sein, ob dir das verhält. Ich finde den Winkel schön. Du siehst hier, diese Linie, die Diagonale, die sich ergibt zur Nase, finde ich sehr schön. Man kann das natürlich noch mehr nach außen machen. Aber ich finde es ehrlich gesagt schade, wenn wir jetzt zu weit an den Mundrand gehen. Das ist meine Geschmacksfrage. Und von der Höhe erhält. Wer kann es kurz zuschauen? Ich sehe es nicht. Wo ist es noch? Der kleine Punkt? Sehr zart und schön. Aber. Jetzt kommt aber. Ich muss nur warten, aber aber kommt. Vom Gefühl her. Aber vom Gefühl her hätte ich es jetzt weiter aussittern. Aber weil es außen so schmal wird und du da unten so schön voll bist, gehört es da eher hin. Ja. Ich vertraue jetzt da voll auf ihm. Dann bin ich schuld. Scheiße. Nein, dann wäre ich die Meinung. Wir können gerne auch einen Punkt weiter außen machen. Wir können es aber auch lassen. Nein, wir lassen. Ich finde es gut. Du findest es gut. Ich finde es gut. Ich finde es gut. Passt. Im Mund, von den Zehnten her und so fühlt es auch sehr gut an. Das kann man nicht wissen. Ach so. Aber das kannst du, das hast du bei dir. Nein, das ist alles okay. Doch, das ist super. Wir sind auch vor dem Eckzeit. Das ist immer wichtig. Wenn man über die Eckzeit rüber geht, ist das nicht blöd. Aber bei dir ist alles gut. Da achte ich schon voll auf. Gut. Gut. Dann starten wir. Ja. Also was führt euch Tiroler nach Wien? Was gibt es hier? Außer Piersings. Wir sind eigentlich zur Ausbildung. Was bildet ihr euch denn aus? Weight Friends Coaches. Was? Weight Friends Coaches. Okay. Und was ist das? Weight Watchers? Ja genau. Das gleiche wie Weight Watchers, nur dass jetzt Weight Friends heißt. Aber ist es das gleiche? Es ist das gleiche, ja. Ja, nicht ganz. Also das Rezept hat sich gegenseitig. Ein bisschen gegenseitig. Was heißt das für mich? Was ist anders als früher? Damals hast du ja Buch gekauft. Genau. Jetzt rechnet man mit Coins. Direkt wie sie sich zusammensetzen, ist eine andere Formel. Aber eine Frage jetzt mal ganz kurz. Letztlich, ich nehme ab, wenn ich weniger Kalorien zu mir nehme, als ich verbrenne. Genau. Grundsätzlich. So. Warum muss jetzt Weight Watchers oder Weight Friends oder warum müssen wir mit Punkten arbeiten? Weil letztlich, wenn ich jetzt einfach sage, ich brauche am Schnitt als Frau 1.500 Kalorien am Tag, so um irgendwo zu funktionieren. Jetzt schaue ich, dass ich 1.300 esse oder 1.500 oder 1.650, dann bin ich irgendwo im Leverage und wenn ich sage, ich 2.500 Kalorien habe ein Problem. Warum kann ich das nicht einfach auf der Backen, auch sehr leichter, weil diese Punkte stehen ja gar nicht mehr drauf mittlerweile. Ist es nicht einfach für die Menschen mit Kalorien zu rechnen? Nein, eigentlich nicht. Ich sage nämlich nein, jetzt schon. Nein, weil du findest ja die Kalorien nicht immer. Naja, aber mittlerweile doch beim Joghurt, oder nicht? Ja, bei Joghurt schon, aber es sind ja andere zusammen. Das hat ja der Zucker drauf. Aber hat dann Weight Friends eine Liste, wo ich alles einsetzen kann? Ja, eine App. Weil früher, weiß ich ja, auf manchen Menüs oder Essen stand ja auch drauf, die Weight Watcher-Punkte, das weiß ich noch, habe ich mal gesehen. Genau. Also gibt es eine eigene App? Ja. Das heißt, ich kaufe jetzt irgendwie Iglo Fischstäbchen, dann tippe ich da drauf, Iglo Du, da bleibt einfach hier locker sitzen, Iglo Fischstäbchen, sechs Stück, dann sagt man, das Ding sind 10 Punkte. Nein, du gibst die Nährwerte, bestimmte Inhaltsstoffe der Nährwerte ein und damit rechnest du das aus. Und es stimmt schon, dass ein Kaloriendefizit dazu führt, aber wenn du jetzt zum Beispiel in einem zu intensiven Kaloriendefizit bist, dann kriegst du das Wandel. Ich weiß, dann speiert der Körper wieder, ja, und dann speiert der Körper wieder. Genau. Und mit den Coins bist du halt immer genau so, dass es passt und hast die Macher- und Erstockverteilung auch optimal für deinen Körper. Ja, wie ist das schon, was sie sagen, ne? Dann geht schon los. Aber weißt du, warum das nicht? Wo darf ich unterschreiben? Ich bin sofort, nein. Weil wir selber leben und die Christine vor allem, die hat extrem viel Gewicht, verloren ab dem Weg. Du, also ganz ehrlich, die meisten Leute brauchen halt eine Hilfe, ja. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, wie das System heißen muss, glaube ich, am Ende des Tages, ich sage immer jetzt übertrieben, es hat Wurscht sein, du brauchst jemanden, der dich an die Hand nimmt. Das heißt, über eine Betreuung, ich habe einen Kunden gehabt, der hat aber 1.000 Euro ausgeben, so eine Privatberatung, ja. Die letztlich zaubern die ja auch. Schlimm, so schnell. Ja, bravo. Letztlich zaubern die ja auch nicht. Du kannst ja nicht zaubern. Letztlich musst du jemanden haben, der dich halt, wenn du das für dich machst und denkst, White Friends ist vielleicht die Preis-Leistung oder eine der einfachsten, bester Alternativen, oder? Ja, und du meinst im Kopf hundern. Private Coaching kostet ja Schweinefügel auch. Die nehmen das Weiße aus den Augen dafür, dass du im Endeffekt das Zeug sammeln rechnen, ja. Genau. Aber Hauptsache ist gesunde Ernährung. Wie viel hast du abgenommen? 40 Kilo. Das ist gut. Einfach so, also rein mit Ernährung. Ja. Super Sport. Ja gut, ohne Sport geht halt, oder? Aber ich habe zuerst gesagt, Sport ist Wurscht. Ich habe nicht zu Sport gemacht. Aber macht auch Spaß, oder? Jetzt schon. Ja, man kann selber treiben. Ich glaube, das ist bei allem Extrem. Man kann auch zügig Sport machen. Super Scherz. Haben wir alles gut gemacht? Hast du alles gemacht? Super. Danke. Super. Ja. Schön. So schön wäre es. Ja. Und was machen wir jetzt? Nichts. Ich erkläre dir mal die Pflege, aber das ist recht überschaubar. Also du brauchst von der Pflege eigentlich nur ein paar einfache Sachen befolgen. Ich erkläre dir mal, was du da befolgen sollst. Wir haben ja drei Produkte und eigentlich vier. Brauchst du? Ja. Okay, dann werden es auch eigentlich vier. Also ich erkläre den Unterschied. Generell. Wir haben einmal den äußeren und den inneren Bereich. Der Mundschleimhautbereich ist der innere Bereich, der andere Pflegeprodukte und andere Sachen nicht beachten muss als der äußere Bereich. Im Mund drin. Zähneputzen, normal. Elektrisch, manuell, Lieblingszahlen müssen Sie sagen, was daraus du willst. Kein Listerine, kein Adol, kein Florixerid, keine normalen Spülungen. Also keine Mundspülungen? Nein, nicht die normalen. Warum? Da ist es Alkohol drin, andere Stoffe gegen Plak und so weiter und Florid. Das machen wir alles nicht. Wir wollen jetzt, was antibakteriell ist, aber auf nicht-alkoholischer Basis, das ist Protonid-Mundspülung. Nimm bitte die. Ja. Weil die passt auch zu den anderen Wirkstoffen dazu, wo man keine Kreuz hält. Also, ein Messwecher, zehn Liter Liter, einfüllen, eine Minute spülen, ausspülen und ausspucken und fertig. Okay? Noch jeden essen. Nach allem, was du gegessen hast. Kommt gleich. Morgens und abends, das ist nach dem Zähneputzen. Wenn du daheim bist und sagst, du putzt den am Mittagessen, auch die Zähne, darfst du es auch nehmen. Es kommt immer nach dem Zähneputzen. Morgens, abends, vielleicht mittags. Ja. Gut. Mund soweit fertig. Außen kommt dann auch morgens und abends zweimal am Tag. Auch wenn du dreimal spülst, das machst du dann zweimal am Tag. Keine Angst, du kriegst einen PDF. Das ist zu beschenken. Also nichts mehr. Das steht alles in dem PDF. Da haben wir das Spray und gehen. Modellin Spray ist antibakteriell desinfiziert. Den sprült man sich bei geschlossenen Mund außen auf, nimmt eine Küchenrolle, macht die Küchenrolle ein bisschen feucht und tut einfach mit der feuchten Küchenrolle das Gissing abgutzen. Keine Wartestäbchen oder Kloppen nehmen, weil es würde puzzeln. Deswegen nehmen wir eine Küchenrolle. Dann nimmst du das Gel. Von dem Gel einen Tropfen außen drauf schmieren und das Gissing einmal vorbewegen, damit wir jetzt auf den Stichkanal reinkommen. Fertig. Also sprühen. Küchenrolle nehmen. Gehen. Einschmieren. Gehen drauf. Bewegen. Fertig. Also Zähne putzen. Mundspülung nehmen. Nehmen wir und bespülen. Einsprühen. Küchenrolle nehmen. Putzen. Gehen drauf tun. Fertig. So, jetzt kommen wir zum letzten, den Mundspray. Den würde ich jedem, der halt raucht, empfehlen. Den hast du in der Hosentasche dabei oder in der Nahtasche. Den nimmst du nach allem, was du im Mund drin hast. Rauchen, küssen, essen, trinken, irgendwo was, was im Mund drin wascht, spür den Mund rein. Beim Nichtrauer sagen jemand, kann man es auch lassen. Aber jemand, der raucht, wirklich essen sehr wichtig. Das heißt, den am Tag 10, 15, 20 Mal nach Bedarf. Oder doch, so rein. Einfach rein. Die Muska hat nicht jede Bewegung. Also nicht, du nimmst einfach einen Mund rein. Spülst durch, schluckst runter. Schmeckt voll lecker, macht gute Art und ist super gut. Aber das würde ich jedem auch empfehlen. Ja? Passt. Gut. Und in drei Wochen könnte man schon einen kürzeren Schad reinmachen und in sechs Wochen könnte man schon einen Ringpuppel hören möchten. Du kannst es aber auch sechs Wochen ein Stück so lassen und dann wechseln. Das liegt ja nicht. Achso. Na, ich laufe jetzt einmal so. Steht dir gut. Ich zeig's mir einfach jetzt her. Echt schön geworden. Steht dir richtig gut. Und her ist es cool. Ja? Trinkt die volle cool. Cooler Look mit dem Nasenbill zusammen. Aber gut gemacht. Hab's Gott gemacht, ja? Gut gemacht. So. Dann danke ich dir wieder fürs Kommen. Euch fürs Zuschauen. Und euch weiter viel Spaß bei eurem Seminar in Wien. In diesem Sinne erstmal Tschüss, Baba bei YouTube. Tschüss. 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 Tschüss.